Und hier muss was passieren, jetzt. Ich mach das mal weg jetzt hier. Los, 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 los. So, mach mal. Können wir da was draufbeidern? Okay, das geht sogar. Ähm, Kettenfahrzeug bitte. Wir brauchen jetzt echt mal ein bisschen mehr Dampf hier. Bereit für den Sieg. Hol dir das. Ich wurde entdeckt. Sie schießen auf mich. Kommt euer Befehl ein. Kommt euer Befehl ein. Kommt euer Befehl ein. Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Ah, das sind echte Feiglinge. Dreckssicke. Oparaganderkrieg? Nein, machen wir nicht. Ich hab mich erwischt. Mist, sie hat mich entdeckt. So, wie sieht's aus hier? Sie nageln uns fest. Erwarte Befehle. Äh, okay, Flammenwerfer. Marsch, marsch. Pack, nicht genug Arbeitskraft. 290, Goliath. Wär nett. Okay, dann flambier die mal. Sie sind in unseren Stützpunkt eingedrungen. Sie greifen uns den Stützpunkt an. Ach. Ja, 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 ja. Ach, okay, komm. Zurück, zurück, zurück. Mann, 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 Mann. Was ist denn hier los? Komm, hol dir den Punkt. Wir beginnen damit, das Gebäude zu sichern. Nein, da. Mann, die gehen hier auf den Puppe. Mann, die gehen hier auf den Puppe. Ja, mach die weg. Mach den weg. Ich hätte gerne ein paar Einheiten und irgendwas. Aber ich krieg nix. Okay, gerne. Die hören immer mal die normalen. Hol denn mal den... Das wäre der Nebelwerfer. Mann, 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 Mann. Okay. Okay. Okay, noch... Jetzt kommen sie von da unten wieder. Versuchen es zumindest wieder. Hier ist auch keine... Fast keine Verteidigung, ne? Das ist so zum Kotzen. Noch eine Flak da oben hin. Vielleicht so in die Reichweite. Was sie da in die Richtung ballern. Achtung! Feindlicher Mörder hat uns ausgeschaltet. Bewege, bewege, bewege. Kommunikationssystem funktionsfähig. Fahr zurück. Alter, feindlicher Mörder hat uns ausgeschaltet. Ja, 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 ja. Mach. Aber mach mit Gott. 77 von 136, ey. Oh, 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 oh. Ich brauche dringend mal irgendwie einen Pionier oder irgendwie sowas. Der kostet 180, die nehmen wir. Wir greifen jetzt in die Schlacht ein, Pioniere! Das wäre das da oben. Eventuell mal versuchen zu safen. Boah, diese verdammte Artillerie hier. Schweinepriester! Der ist gleich fertig. Gut. Hallo, das puste weg. Werde beschossen! Eure Anführer sind Narren! Wollt ihr wirklich euer Leben für sie lassen? Ergebt euch, solange ihr noch könnt! Unser Weg ist der richtige Weg! Der Weg in ein besseres Leben! Okay, tun wir mal einen Gefallen. Treffen auf schweren Widerstand! Wir sind kampfbereit! Ah, mach mal weg hier! Warte, warte, bleib hier! Genau, versuch mal zu bauen! Vielleicht kriegen wir es ja hin! Wo ist mein Pionier? Eben hatte ich noch einen Pionier! Wow, 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 wow! Diese Säcke! Okay, wir sind einsatzbereit! Flammenwerfer-Trupp bereit! Wir feindlich sind in der Nähe! Haltet die Augen offen! Okay, wir müssen... 150! 150! Hallo, was mach ich noch? Wir haben eine Einheit immer oben! Und schon! ати-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Kom! Ich muss mal zurückfahren. Ist noch nicht fertig jetzt. Streubomben. Oh. Sehr schön. Gut, gut. Jungs. Nicht genügend Ressourcen. Finde ich jetzt aber unschön. Ja, macht die Brücke ruhig kaputt. Das ist mir egal. Ich muss hier aber einen Bunker bauen. Diese Schweine schießen auf uns. Komm, bauen wir mal jetzt den Bunker. Bewegung! Sonst geht hier alles in Schlammen aus! Ja, ja, mach mal. Was ist unser Ziel? Er schießt ihre Feindlichkeitscheidung. Ach, mach sie weg. Unsere Basis wird angegriffen. Hier wird nix angegriffen. Alles gut. Wir haben schon. Okay, folgendes. Schweres MG. Reparaturstation. Okay, sehr gut. So, jetzt Pioniere. Wir sind in unserem Bereich. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ihnen nicht die Möglichkeit, uns in Schlammen zu nehmen. Na, komm. Wir haben ein paar Streubomben. Oh ja. Vielleicht macht's richtig Boom. Wir haben eine V2-Rakete. Wir haben gleich meine V2-Rakete. Okay, da ist jetzt alles gebrannt. Da war wirklich alles. Brauchen Sie Bunker? Ich brauche den Bunker, genau. Ich streue mir noch ein paar Bomben hin. Das ist gut. Ja, dann mach mal. Achtung! Bunkerbau abgeschlossen. Sehr schön. Ja. Ja, noch mal packen. Ja. Noch ein Kettenfahrzeug. 220 haben wir gerade nicht. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Alter, dann schieß doch mal. Die Feiglinge greifen unseren vorgeladenen. Fußablässgefühl. Ja, los. Schwer angeschlagen, die Jungs, die an die Büro beikommen. Okay, die hauen ab. Alles gut. Die sind nicht bemannt, oder? Das Ganze, sind die hier bemannt? Okay, ich glaube, die sind nicht bemannt. Man, 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 wirfst ja immer noch. Feuer frei. Weg, weg, weg. Mann, 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 Mann. Okay, da haben wir eigentlich gut im Griff. Ich brauche nochmal, ähm, Pionier. Kann ich nicht bauen, ey. Es ist so zum Kotzen. Ja, 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 ganz ruhig. Ja, ja, mach mal. Komm ruhig. Wow. Wow. Sehr gut. Es klappt. Die ist doch nicht bemannt. Da kannst du mir sagen, was du willst. Da sind doch keine Leute drauf. Alter, Alter, ich brauche noch mal Pionier. Hier traut sich wohl keiner rüber. Das ist okay. Müsst du hier mal reparieren. Das Ganze mach mal weg, ja. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. So, wo ist mein... Flammenwerfer-Trupp hat nachgedacht. Okay, macht mal... Repariert mir mal die Teile hier erstmal. Aber schnell. Achtung! Ich muss da immer echt die ganze Zeit raufrotzen. Ja, ja, komm ruhig. Das ist okay. Komm ruhig. Na, mach mal. Gut. Los. Ah, 280. Oh, 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 oh. Scheiß Artenergie. Okay, ihr wolltet so. Mehr drum, solange ihr noch könnt. Na los. Kann ich nicht bauen, kann ich nicht bauen. Zu wenig Zeug. Leckst mir den Fuß. So, der ist noch okay. Das Ding ist auch fast repariert. Ich kann noch nicht wieder schießen. Aber eine Schweinepriester hat man... Wow, 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 wow. Verdammt. Weg, 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 weg. Ah, nein. Säcke. Jetzt geht's mir hier aber auf den Puffer. Komm schon. Nur noch ein paar Leute. Achtung. Na los. Ah. Mir ist ein Gerumms und Gebummts. Ey, das ist unglaublich. V1 Rakete ist auf dem Weg zum Ziel. Was ist hier los? Verdammt, wir werden geschossen, du meine Güte. Klammenwerfer, die Reize, Befehle. Oh, ich reparier das. Was hat der da oben? Ich werde bekloppt. Der hat da oben ein Ding hingebaut. Korrektur, er hatte. Schon echt fies, ey. Diese V1 Rakete ist böse. So, ich brauche mal irgendwie mal eine Einheit hier. Komm, gib mir mal irgendwas. Nur noch zehn Stück oder so. Oh, oh. Ja, dann gibt's da auch ein paar Minen. Komm. Komm, komm schon. Die Einheiten sind so scheiße teuer, ganz ehrlich. Schon abartig. Was hier für Waffen rumliegen, ey. Da kannst du bald einen Waffenhandel mit aufmachen. Noch drei Stück, dann haben wir es geschafft. Hoffe ich. Mann, 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 Mann. Komm schon, noch drei. Drei, die in Sicherheit müssen. Was ist hier jetzt los? Ja, dann dreh mal. Okay. Okay. Okay, jetzt wollen wir uns zurückziehen. Ja, mit okay, dann hauen wir ab. Los. Dann ziehen wir uns jetzt zurück. Los, mach, mach, mach. Bewegung. Die bleiben hier. Die werden sich jetzt opfern. Mit allen Konsequenzen. Oh. Oh, der hat nicht genug Munition. Schade. Motor zerstört. Die Feiglinge reifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Meine Augen. Verdammter Mist. Meine Augen. Ja, jetzt kommen sie hier. Er ist okay. Wir sollen uns ja zurückziehen. Stopp aufmeldet. Auftrag erfüllt. Ziehen sie sich aus Truhen zurück. Das machen wir jetzt. Bereit, das Heimatland zu verteidigen. Los, gehen wir. Na los. Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Viel haben wir ja nicht mehr. Mist, das war knapp. Ich hab den Luftzug im Nacken gespürt. Der Stützpunkt wird beschossen. Ja, ist in Ordnung. Ja, mach mal. Verdammt, reicht nicht. Okay, warte mal kurz. Okay, versuchen wir uns auch noch zu retten. Marsch, marsch. Geschützmannschaft bereit. Okay, die können wir nicht irgendwie abbauen oder sowas. Wenn, dann muss die zerstört werden, so wie ich die Sache sehe. Okay, hier fährt hinter uns ein Panzer. Der wird wahrscheinlich jetzt hier aufräumen. Was ist los? Stellung, räumen! Hier schwere Infanterie! Was ist los? Weg, weg, weg. Ah, da schießt der Lader nicht noch ein Ging-Gings hier. Hier, Batterie! Lasst Ihnen keine ruhige Minute! Ja, kann er nicht. Kann man noch was bauen hier irgendwie? Puh! Puh! Als sich der Kessel schloss, wurde der Korridor, durch den sich meine Kameraden in Sicherheit gebracht hatten, zu einer Todeszone. Zehntausende starben und mindestens 40.000 gingen in Gefangenschaft. Aber dank der Helden von Trunn gelang vielen die Flucht. Zu meiner Gruppe gehörten weder Helden noch Märtyrer. Wir blieben in Trunn und kämpften, weil wir die Alternative dazu stets vor Augen hatten. Schlaflose Nächte, in denen uns die Gedanken an die zurückgelassenen Wach gehalten hätten. Ich habe meinen Männern das erspart, auch wenn sie mich dafür geahst haben. Immerhin haben wir nicht tatenlos zugesehen. Wir haben es versucht. Möge Gott denen vergeben, die einfach nur flohen. Ja, damit hätten wir die Mission auch erfüllt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mich bei den nächsten Projekten auch wieder begleiten würdet, weil wir sind jetzt hier mit, na, sag schon, mit dem Game hier durch. Komplett mit allen DLCs und so. Und ja, mal sehen, was jetzt als nächstes kommt. Lasst euch überraschen. Seid auf jeden Fall wieder dabei. Und ja, wir sehen uns in dem nächsten Game, in dem nächsten Let's Play. Bis dahin bin ich raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von Edgaming.tv. Bye, bye. Euer Edgaming.tv